Was macht der? Ah! Okay, sehr gut, er tanzt. Hilfe! Ein Ufo! Hilfe! Leute, willkommen zum Video von uns und mit einem neuen Woppy Live Video und ich möchte für heute ein neues Pet kaufen. Und ich habe ihm gesagt, ich schwank so zwischen den Hut, zwischen den Ninja und so und ich glaube, ich nehme den Ninja. Ich finde den einfach super cool. Und ich will mal gucken, in welcher Farbe der ist. Lass mal zum Pet Shop fliegen. Und lass mal gucken. Ich würde sagen, ich hole mir auch ein neues Pet. Was holst du denn schon wie ein neues Pet? Ich will mir diesen Hut kaufen, der ist wirklich lustig. Den Hut? Hast du dafür genug Geld? Ja, 2000. Du hast 2000 Cash? Nee, 1000. Aha, da kannst du mal den ganzen Leuten Danke sagen. Livestreamt ihr euch, die immer auf jeden Fall das ganze Geld gespendet hat. Sag mal Danke, Leute. Danke, Leute. Au! Ich würde sagen, wir holen uns den Ninja und den Hut, oder? Ja. Ich hole mir den Hut und du holst dir den Ninja, würde ich sagen, oder? Absolut. Leute, mit Facecam ist mir noch ein bisschen ungewohnt. Ich finde es irgendwie cool und schön, dass du euch das von mir wünschst. Habe ich auf jeden Fall wünscherfüllt, glaube ich, jetzt. Und wir gehen jetzt hier mal rein in den Pet Shop und gucken mal, was hier abgeht. Uh! Ey, du sollst auf mich warten. Was hast du jetzt... Wie hast du ihn genannt? Was hast du für eine Farbe genommen? Ich habe ihn normal genommen. Toppy heißt er. Moin, Toppy. Was geht? Ja, Toppy, wie normal ist man da? Gib mal einen Check, Toppy. Gib mal einen Check, Check. Toppy, check, check, check. Gib mal einen Check. Äh, mach mal den, was er für... Toppy sagt. Ja, mach mal. Was kann der für ein Move? Drück mal die Taste da. Was macht der? Ah! Okay. Sehr gut, er tanzt. Leute, ich komme jetzt in Ninja, würde ich sagen. Ich finde ihn ja so witzig. Ich muss nur gucken, welches Pfeil ich dafür wegschleudere. So, Ninja. Wie nennen wir den eigentlich? Ich nenne ihn... Ich heiße ja Gugu. Ich nenne ihn, glaube ich... Wie nenne ich ihn? Ich nenne ihn wie mein Kleid. Ich nenne ihn Little Pommes. Nein, ich habe noch eine bessere Idee, wie der heißen kann. Wie denn? Ninja Gugu. Ninja Gugu. Ich nenne ihn Little Pommes. Das bist du und klein. Ich möchte gern Ninja Gugu. Ninja Gugu? Ja. Okay, Leute. Ich wollte den Little Pommes nennen. Ich nenne jetzt Ninja Gugu, weil mein Kleiner es gut findet. Machen wir auch. Aber natürlich. Ninja Gugu. Alles klar. So, jetzt muss man gucken, welche Farbe ich denn mache. Rot sieht witzig aus. Rot ist cool. Gelb, grün. Ich würde sagen, du mömmst ihn dann mit schwarz. Schwarz? Welche Farbe hast du denn denn? Ich hatte ihn eigentlich ganz normal früher. Ich habe ihn jetzt nicht mehr. Okay. Ich guck mal kurz, wie... Aber in Rot sieht der auch voll nice aus. Ich glaube, in Rot sieht voll geil aus. Und dann muss man gucken. In Rot ist cool aus. Ich habe ihn nicht für Dr. Aura ausgegeben. Ich mache ihn in Rot. Rot ist cool. Komm. Beide. Und wir machen dafür den kleinen Hufi weg. Sorry, Hufi. Du musst raus. Hey, Papa. Weißt du, wie das aussieht? Ninja Gugu. Yeah. Weißt du, wie das aussieht? Nein. Das sieht aus wie die Mushroom Cow. Ja? Ja, von Minecraft. Achso. Okay. Ich stehe. Hallo, mein kleiner Ninja. Alles klar? Oh, konnte man sagt, die wird drei. Was macht der Ninja? Ja, ich habe ihn gerne gemacht. Yeah. Bam, bam, bam. Zack. Guck dir den krassen Ninja an. Ich mache dich fertig, Hut. Bam, bam. Der Hut ist auch echt witzig, ey. Guck mal, guck mal. Na ja. Das zieht top. Sehr gut. Lass mal, lass mal was machen hier gehen. Lass mal runter arbeiten gehen oder so. Was willst du machen? Eine Idee, wo wir aufbeiten können. Da hätten wir das Ufo hier bei mir? Ja, ich bin dabei. Ey, das ist mein Ufo gerade weggeschubst. Hallo? Ich will mal zu meinem Haus gehen kurz. Und unsere Pets kurz ablegen. Äh. Wir sind jetzt fertig. Das war der Flug? Ich will weiter fliegen. Du musst erst mal meinen Pets ausziehen lassen. Ah, gut. Ich bin hier. Mein kleiner Ninja, guck mal mit. Ich hab gedacht, du wurdest entführt. Komm, lass doch den Möbeljob machen. Okay. Ich will ein bisschen Geld. Ich brauche wieder ein bisschen Kohle, Leute. Jetzt habe ich hier so viel Geld aus. War ich? Wie teuer war der eigentlich? 750 oder so, ne? War nicht viel. Okay, okay. Das kommt. Au. Au. Let's go. Mal sehen, was heute toll ist, wie man wollen. Wir machen mal ein bisschen Mübel aus. Wie man ein bisschen Geld verdienen hier. Und. Und. Ein Regal. Die Musik immer. Warte, ich mach den Knopf auf. So. Yeah. Was ist los? Ich bin voll erschrocken, dass die Tür zugegangen ist. Das war Papa. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Guck mal, ist ein Overpassiert. Oh, das ist ein Auto. Oh. Die gute Bopi-Life-Musik. So, Alter, richtig gut fahren. Hier läuft bei uns. Wo muss ich denn hin? Nach rechts. Wer braucht hier ein Regal, Alter? Ich glaube, bei der Farm. Wie, bei der Farm? Ja. Oh, ist ja vor der Umweg, die ich gefahren bin. So, na dann fahren wir zur Farm. Mal gucken, wir sind ein neues Regal. Boah, bestimmt der eine Typ blinks gleich nach der Brücke, wa? Ja. Na, war ja klar. Der bestellt ständig was bei Wopi-Life. Der will ständig Sachen haben. Unglaublich. Müsche wie aber so Prime. Amazon Prime. So. Das fällt bei der, ähm, bei denen. Ich versperre es. So, warte, ich hole mal das Regal. So, wer braucht ihr das Regal? Hallo, hallo. Ich versperre es. Äh. Bitte gehen sie weg. Haha. Ah, guck mal, 60 Dollar. Äh, vorher war es sie nicht. Nein, nein, es wäre. Lol, wie fährst du denn? Lol. Oh, Mann, wie du fährst, ey. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin, wo. Äh, hallo? Nenn mir ein Pommes. Was machst du? Das Auto? Unser Geld. Oh, Mann. Lass, komm ran hier auf den BD. Ja. Ich will fahren. Du bist gerade ausgestiegen. Ja, ich will fahren. Ja. 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 Warum fährst du so komisch mit dem Kopf da unten? Wie machst denn du das? Weiß nicht. Na klar, musst du irgendwie machen, ey. Ah. Oh, hast du den Geld? Oh, Alter, guck mal. Die hat da nicht voll gerannt. Alter, lass mir den Niner Pommes in Ruhe. Ich mach dich fertig, Bro. Oh, komm her. Nimm mich mit. Ich muss meinen Strahl aufladen. Oh, oh. Lass meinen Niner Pommes in Ruhe, du blödes Auto. Geh weg. Papa, ich will das ganze Crash haben. Ich hab das Auto weg. Guck mal, ich hab's ins Wasser gemacht für dich, ja? Ja. Oh, guck mal, der hält jetzt hier fest. Wo? Der fährt nicht weiter hier am Berg. Alter, der fährt dann wieder hoch. Alter, ist der krass. Ist das ein Bug? Ich hab ihn. Ab ins Wasser mit dir, du Wobbli. Du bist gemein. So, tschüss. Und jetzt, du hast beim Niner Pommes geärgert. Niemand ärgert Niner Pommes. Ich bin klein und flink. Genau. Und ich bin groß und stark. Ah! Papa, au! Gib das Gelb ab. Gib das Gelb ab. Au, nein! Ich möchte das Geld haben. Hey, wo ist der andere Geldsack? Hä? Hast du beide? Nee, ich hab eins. Hey, Papa, ich hab wenig Käse. Ich hab ne 100. Wo ist denn der? Ist der andere Geldsack? Ich glaub, hier drin, oder? Echt? Ist der durchgepackt? Ich glaub nicht, ja! Wo ist der? Hier vielleicht? Warte mal, ich fahr mal das Auto weg. Nee. Hä? Ist der so weit weggeflogen? Ich glaub, der ist unten durch die Map gepackt. Das sieht natürlich aus, ja. Manchmal gibt es so eine Baxi, Leute. Da wacht es einfach unten durch den Boden durch. Aber hinten ist auch nichts. Nee, nichts da am Start. Nee, nimm ja Pommes. War das doch Papi oder nicht? Nimm ja Pommes. So, wenn drin. So, komm Leute. Machen wir einen Job zum Schluss. Nimm ja Pommes kann euch noch einen Job hier aussuchen. Und danach machen wir das Video zu Ende. Und noch vielen Dank nochmal für die ganzen Support und für die echt vielen Abos, Leute. Richtig nice. Danke euch. Jetzt! Los! Hier ist das Geld, glaub ich. Hier ist das Geld drin. In dem UFO. Guck mal, das ist im UFO. Warte mal. Warte mal, ich bin grad abgestiegen. Guck, hier irgendwo ist es drin, oder? Nee, eben, aber eben wurde... Guck mal da, guck mal da, 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 guck mal, das ist das Geld. Das Geld ist im UFO. Ab jetzt so. Oh, ist das ein Bug, ey, guck mal. Papa, ich bagge jetzt. Nein. Papa, das ist ganz weit drin. In der Pommes, come on. Okay, komm, wir machen das Schluss mal einmal Quizshow, Leute. Auf Niederpommes Wunsch. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für die ganzen Abos und ganzen Support. Finde ich immer super nice, wenn ich immer die ganzen Kommentare lese und neue Abos immer sehe. Ja, mega cool. Mann, Niederpommes? Ja. Findest du auch cool? Ja. Ich glaube, die Fans, die sind voll die Fans von dir, ey. Die lieben dich alle, den kleinen Niederpommes. Äh, was machst du jetzt? Oh Gott. Hilfe, weg mir, ich muss Hilfe, Hilfe, ich muss raus hier. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Äh, wo sind sie? Ah! Schnell, 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 schnell. Au. Äh. Niederpommes? Wo bist du? Ach, komm's rein jetzt hier, Quizshow, los. Ran hier auf den Mähler. Nein, hör auf jetzt. Niederpommes ist ja auch jetzt so steckert. Du wolltest jetzt die Quizshow machen. So Leute, wir machen jetzt zum Schluss mal die Quizshow und wir müssen ja schon alle fange ich beantworten können. Das ist ja eigentlich kein Problem mehr. Das sind ja voll die Profis hier. Und yeah. Bist du bereit? Die Musik ist lustig, wa? Niederpommes, da bist du. Yay. Oh, schon wieder ein, Leute, wir kriegen immer nur so Fernseher-Joystick-Tomaten, aber so selten mal Cash. Oder? Ja. So, gucken wir mal. Ähm. In the jungle is lost. Wobbly are. Wobbly, Wobbly, Wobbly is live. Dann, like this with my car. Und Leute, vergesst nicht, ähm. Unseren Abonnenten-Special, also Abo-Special-Videos zu kommentieren und wünscht euch was. Also der, der keinen Wobbly live hat, kann Wobbly live gewinnen. Und einer von euch kann mit uns sogar live ein Video drehen. Also seid dabei, schreibt Kommentar, würde ich extrem überfreuen. So, äh, die Main Street. Ah. Wieder A. Ah, ah, ah. Ich hab gesagt Wobbly, Wobbly, Tobly. Yes. Wobbly, Tobly? Yes, you. Ich hab gesagt, yes, you. Wobbly, Tobly. Nein, nein, weiter geht's hier. Was haben wir hier? Where can you find Wobbly Airport? Äh, in the mountain. Oder? Ja. D. D. Yep, yep. Ich hoffe, das müsste richtig sein. Genau. Oh, bei dem Berg ist ja der kleine Flugbahn dann, ne? Ja. Did it. What color is a granny purple D? Alter. Wusstest du? Ja. Geil, ey, sehr gut. Ich hab gesagt Green. Was ist aufgedacht Green? Green? Ah, it's purple, it's purple. It's purple, me. So, watch do the across the road on the burger. Es ist, ähm, Rubberband Games. B. Yeah. Oh, oh. Er kann's kaum glauben und... Yeah, Feuerwerk. Uh, uh. Ich will das ganze Cash haben. Ja, ist wieder klar. Ihr seht, guck mal, wir gehen beide arbeiten, ja, und nimm ja Pommes und das ganze Cash schon wieder, ne? Ich kann mir nichts zusammensparen hier. Ich hab wirklich fast teilt. Ja, ich hab auch grad mir ein Pad gekauft. Sag's denn dazu. Ich hab wirklich 100 Cash, wirklich. Hier, dann nimm den Joystick, kannst du was von kaufen. Hier, nimm den Joystick. Nein. Nimm den Joystick, los hier. Papa? Ja. Wollen wir ein Experiment machen, bevor wir das machen? Was denn? Legen wir meine Beine hier so in die Ecke. Hier so in die Lücke meine Beine. Leg mal so in die Ecke. Und meine Beine. So. Das. Und jetzt? Ja. Drücken? Ja. Oh Gott, nimm den Pommes möchte eingequetscht werden. Ich tue es. Ah! Oh! Pommes! Geh mal wieder hoch. Geh mal hoch. Ja, ich muss... Warte, ich muss wieder hochdrücken. Bist du nach oben? Ja. Okay. Was ist das für ein krasser Back? Bist du wieder da jetzt? Ja, nimm den Pommes. Komm, doch unten dein Geld abgeben. Hast du gut gemacht. Fein. Ey, lass meinen Kopf los. Alter. Ey, wo bist du denn? Ich bin voll. Ey, willst du mich veräppeln? Ey, Alter. Ist das ein Typ, ey. Ey, nimm den Pommes. Bist du lustig, oder was? Ja. Ja, ja, ja. Aber das kann ich nicht das Geld bringen? Was? Ist das ich dir das Geld runterbringen? Ja. Alter. Ihr seht schon, Leute. All-inclusive Service für Ninja Pommes. Ja, also er kriegt echt alles, was er möchte hier. Zumindest ins Spiel natürlich. Ne? Ähm. Hier, bitteschön. Ihr Geld. Ihr Taschengeld für heute. Sagst du auch mal Danke? Danke? Ja, danke. Wo ist die Bank? Äh, falsche Richtung, Bro. So, sagst du noch Tschüss den Leuten? Tschüss, Leute. Ey, ja, toll. Tschüss, Leute. Bist du nächstes Mal? Haut rein. Fässig ein Abo und Leitsatz lassen. Weil eine coole Videos und... Und kommentiert unseren 2500 Abonnenten. Ich glaube, Ninja Pommes will schon mal umfahren. Äh, hallo? Was war das jetzt? Pommes. Nein, ich hab nicht getroffen. Oh, Mann. Amir, Amir. Äh. Ninja Pommes? Amir, Amir. Aua. Au. Aua. Au. Leute, kann ich nicht davon? Ah, ha, 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 ha. Tschüss. Ah, Leipzig. Nee. Ich nehme jetzt Rache an dir. Ich werde dich auch überfahren. Los. Äh, äh. Wo bist du? Dann sag ich nicht. Du musst es erwarten. Du musst auf der Karte gucken. Ich fahr auch mal. Okay, komm, ich geh auch mal vor. Ich bin ganz für Anlauf, okay? Okay. Ich warte auf dich. Ach, ein schöner Tag. Au. Jetzt werde ich schon überfahren von der Oma hier, ey. Oh, was ist denn da? Taxi, hallo. Taxi, hallo. Hallo, hallo. Ich brauche ein Taxi. Au. Au. Au, mein Kopf. Ah. Das geschieht dir recht, Taxifahrer. Ab ins Wasser. Oh, man. Oh, man. Leute, das war's. Das war's für uns. Wenn es nicht, ein Abo und Line dazu lassen. Weiter coolen Videos von uns. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Peace out. Ciao. Sagst du tschüss? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss, ihr Lieben. Sch intrigued. T 然後 eingeleckt дерев långtivinen. Schiff. łos grass評 upgraded. 格ja ich. Schiff. Es nicht imических. Er. o. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.